Hallo, in diesem Video erkläre ich dir kurz und knapp, was Lach-Yoga ist. Mein Name ist Egbert Griebeling, ich bin Lach-Yoga-Master-Trainer. Ja, Lach-Yoga ist eine einzigartige Methode, wo jeder ohne Grund lachen kann. Dafür braucht es weder Witz, Humor noch Comedy. Wir beginnen das Lachen als eine Form von Körperübung, am besten gemeinsam mit anderen Menschen. Und mit ein bisschen Offenheit, Neugierde und Verspieltheit und Blickkontakt, entsteht auch schnell ein reales, ansteckendes Lachen. Lach-Yoga basiert jedoch auf der wissenschaftlichen Tatsache, dass der Körper nicht zwischen einem absichtlichen und einem spontanen Lachen unterscheiden kann. Der physiologische und der psychologische Nutzen ist dabei der gleiche. Und es heißt nur deswegen Lach-Yoga, weil Lachübungen mit tiefer Ein- und Ausatmung aus dem Yoga kombiniert werden. Und dadurch nehmen wir sehr viel Sauerstoff auf und fühlen uns frisch und energetisiert. Diese Methode wurde 1995 von einem indischen Arzt Dr. Madan Kataria ins Leben gerufen. Er hat mit nur fünf Leuten damals in einem Park in Bombay, Mumbai angefangen. Und mittlerweile gibt es in über 100 Ländern Tausende von Lach-Clubs, wo regelmäßig gelacht wird. Aber nicht nur dort, sondern auch in Schulen, Universitäten, Reha-Kliniken, Fitness-Centern, Yoga-Centern und halt auch in Firmen und Unternehmen. Ja, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du dir gerne die ausführliche Variante anhören. Ich verlinke in meinem Video darauf. Oder dir auch anhören die vier praktischen Schritte im Lach-Yoga, die drei Gründe, warum wir Lach-Yoga machen sollten, auch wenn wir so schon viel lachen und auch die fünf Vorteile, die du haben kannst, wenn du regelmäßig Lach-Yoga betreibst. Auf einmal wieder lachen. Und nicht vergessen, Daumen hoch und Kanal abonnieren. Danke!